Willkommen zu einer kleinen Zwischenfolge, in der ich euch zeige, wie schon im Bereich 1, auf welche Art und Weise man hier scheitern kann. Es sind hier ja ein paar Level jetzt doppelt quasi, also nicht doppelt so im doppelten Sinn, sondern einfach von derselben Art her. Deswegen werde ich euch in den Leveln auch nur zeigen, was es da neue Möglichkeiten gibt. Wie zum Beispiel hier in dem ist es zum Beispiel der Zauberer. Aber die Sachen, die ich euch schon mal gezeigt habe, die werde ich euch nicht zeigen. Weil die sind nicht anders und ja, fangen wir einfach mit Level 6 an. Level 6 ist es. So, hier war jetzt halt nur noch der Zauberer neu. Weil die Ziege, die Frösche, die Schlitze-dich-kaputt-Menschen und die Nitro-Dinger, die kanntet ihr schon. Gehen wir also ins nächste Level. Hier ist mein Liebling, das mit den Prügen. Ich finde das cool. Obwohl das mit dem, dass die Hose kaputt gemacht wird und er sich dann schämt und alles finde ich auch lustig. So, das nächste Level. Bei dem weiß ich gar nicht, wie man da großartig doch irgendwie teilweise... Ach, werden wir sehen. Also ein wirkliches Scheitern gibt es dort nicht, außer man fährt in den Abgrund rein, kurz vorm Ziel. Aber selbst da wurde mir nichts abgezogen, soweit ich das gesehen habe. Und man kann auch außerhalb der Straße fahren, dann wird man aber auch wieder nur zurückgebracht. Und gegen die Polizeiauto oder gegen Mitstreiter ist dann einfach nur, dass du selber gestoppt wirst. Wow. Gucken wir uns also jetzt mal in Level 9 um, wie man da so alles draufgehen kann. So, wie man da ist, wie man da so alles draufgehen kann. So, das müssten dann auch alle gewesen sein. Und bei 10 kann ich mir vorstellen, dass es einfach wieder dasselbe Prinzip wie beim anderen. Zwar sind da neue Sachen dabei und dieser Drache bewegt sich anders, aber im Grunde genommen kannst du dort auch nur vom Tiger runterfahren. Also werde ich da jetzt nicht näher reingehen. Deswegen gehen wir jetzt einfach direkt zum Boss. Ja, und da war es auch schon fertig. Wie gesagt, wie schon beim letzten Mal hoffe ich, dass ich natürlich jetzt keine Art und Weise draufgehen vergessen habe. Draufzugehen, so. Und ja, dann setze ich hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss, eure Teil.